hey willkommen zu einem neuen video ja das ist gerade sehr sehr spontan ich weiß auch noch nicht ob ich das video direkt heute hochlade oder morgen das muss ich mal schauen ich komme gerade vom joggen deswegen entschuldigt wie ich aussehe und ich dachte ich mache ein paar geräusche ich habe hier wieder so ein paar gegenstände stehen und würde sagen erzähle auch einfach mal ein bisschen das ist übrigens geilseife und hilft wirklich sehr sehr gut um flecken rauszubekommen das ist jetzt keine färbung oder so aber ich hatte letztens einen fleck im hemd von was hatte ich noch mal gegessen ich glaube es war tomatensoße oder so und habe es dann dummerweise direkt in die waschmaschine geschmissen ja ist beim waschen nicht rausgegangen der fleck aber geilseife hat mir auf jeden fall geholfen und genau dann übrigens für das liebe feedback unter dem letzten video unter dem friseur roleplay das hat mich wirklich sehr sehr gefreut und wir haben gestern auch die 5700 abonnenten erreicht also danke nochmal an jeden einzelnen und danke vor allen dingen auch an die leute die seit anfang an dabei sind quasi ich mache ja schon sehr lange videos ich weiß gar nicht genau wie viele jahre fünf jahre oder so ich hatte damals noch einen anderen kanal und habe dann irgendwann den kanal jetzt gemacht weil ich vom anderen kanal das passwort nicht mehr wusste ja lange story auf jeden fall danke freut mich wirklich sehr bei uns ist das wetter in berlin zum glück ein bisschen abgekühlt das heißt super geeignet für spaziergänge zum joggen ja einfach ausgehen frische luft vor allen dingen bekommen in den letzten tagen war die luft eher so schwül das war nicht so gut aber jetzt ist die luft zum glück wieder sehr frisch und ja so macht es auf jeden fall mehr spaß so was haben wir denn noch genau ich habe mir letztens ähm also es ist alles keine werbung oder irgendwas ich habe alle produkte selbst bekommen äh selbst selbst gekauft so ähm ich habe mir letztens diese kabellosen kopf kopfhörer gekauft die sind ja sehr praktisch nur mich nervt das natürlich immer dass man die aufladen muss das ist das einzige problem weil sonst die kopfhörer mit ähm kabel die kann man ja einfach ans handy stecken und dann äh ja geht's los und dieses kopfhörer muss man halt immer aufladen das vergesse ich manchmal und dann will ich halt aus dem haus gehen Musik hören und dann denke ich mir toll kopfhörer vergesst aufzuladen ja und dann muss ich halt auf die kabel kopfhörer zurückgreifen aber ist auch nicht so schlimm also Luxusprobleme aber die machen nicht so gute sounds naja machen wir weiter Deo genau was ich auch erzählen wollte ich bin ein riesiger Fan von ähm solchen True Crime Geschichten also so Verbrechensgeschichten sag ich mal oder wahre Kriminalfälle ich guck auch super gerne die Sendung Aktenzeichen XY ich weiß nicht ob ihr das kennt ähm da gibt's eben auch immer ja meistens ungelöste Fälle und dann bittet die Kriminalpolizei eben um Mithilfe und so also sehr sehr spannend ähm und ich hatte überlegt vielleicht kann ich mal ein ASMR Video drehen und so eine Geschichte vorlesen oder vorstellen aber wie fändet ihr sowas also seid ihr bei sowas eher ähm abgehärtet sag ich mal oder könnt ihr sowas gar nicht hören weil das ist ja auch nicht für jedermann etwas aber meistens geht's da ja schon um ja Gewalt Mord sowas schreibt aber schreibt das auch sehr gerne mal in die Kommentare also ich hätte auf jeden Fall sehr viel Bock darauf so was haben wir denn noch ja ich finde solche crinkle sounds gibt aber bei mir liegt ja auch alles voller Masken rum naja gut besser zu viele Masken als natürlich zu wenig und mittlerweile ist es bei mir auch so damals also was heißt damals vor einem Jahr ungefähr bin ich aus dem Haus gegangen also Portemonnaie Schlüssel alles mitgenommen hab aber die Maske vergessen musste nochmal zurück heute ist es so dass ich an die Maske zwar denke aber alles andere gefühlt vergesse also Portemonnaie und so aber Hauptsache die Maske ist immer dabei ok tja so ändern sich die Dinger die Maske Gut, ich habe hier noch einen Kuli, der ist schon so halb kaputt. Gut, ich habe hier noch einen Kuli, der ist schon ein Kuli, der ist schon ein Kuli, der ist schon ein Kuli. Gut, ich habe hier noch einen Kuli, der ist schon ein 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 Kuli. Gut, ich habe hier noch einen Kuli, der ist schon ein Kuli, der ist schon ein Kuli, der ist schon ein Kuli. Das ist schon ein Kuli, der ist schon ein Kuli, der ist schon ein Kuli. Für die Kopfhörer. Und jetzt dann einfach nochmal auf mit etwas B-Anschluss. Genau. So, ich würde sagen, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich kann leider nicht versprechen, wann irgendwie Videos kommen, ob regelmäßig Videos kommen oder nicht. Ich mache eben Videos, wann es mir Spaß macht. Und jetzt hatte ich gerade eben Lust darauf, ein Video zu drehen. Deswegen wird das jetzt wahrscheinlich auch heute noch online kommen. Also, bei mir ist es gerade ungefähr 18.10 Uhr. Wenn ihr das seht, ist es wahrscheinlich so 20.30 Uhr. Und ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag und konntet euch ein wenig entspannen, abschalten. Und ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann beim nächsten Video. Bis dann.